Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge FischkopfTV. Hier ist ein Fischkopf, wir spielen COD Advanced Warfare und zwar im Modus Stellung. Das ist krass, das ist krass. Das Spiel hat zwar schon begonnen, bevor ich hier reingekommen bin, aber es läuft noch nicht so lange. Sag mal, ist das zu laut? Hier in COD-Hausen, ich hoffe nicht. Also spätestens jetzt sollte es viel zu leise sein. So, ihr kennt das Spiel, ja, du musst irgendwo hin. Und du musst das Ding einnehmen. Ich finde das sehr interessant. Es ist ja so wie Herrschaft, nur mit einem Punkt anstatt von dreien. Und ja, mit meinem Aim, das ist immer noch manchmal ein Problem, aber das kennt ihr ja. Das ist ja eigentlich kein Problem. Oder selten. Aua. Okay, und was ich geil finde am Erobern ist ja, dass man schon ungefähr weiß, wo die Leute sind. Ah, komm schon! Ah, die hätte ich eigentlich beide haben sollen jetzt. Das ist geradezu peinlich. Aber man kann ja auch mal Sachen machen. Oh! Okay, und das ist wiederum dann die Scheiße vielleicht ein bisschen an diesem Modus. Wenn du da erstmal reinrennst in den Kochtopf der Gefühle, dann bist du schnell kaputt. Ja, dann wird dein Herz zerrissen, genauso wie dein Gehirn. Wird dann verteilt. Oh, shit. Habe ich den gewohnt? Was müssen wir erobern? Hier. Oh, shit. Nein, 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 nein. Ich muss Sachen haben. Das gilt nicht. Ich habe einen Vorrat erhalten. Sehr gut. Das ist so eine Kiste, die man kriegt, ne? Dann, wo Sachen drin sind. Kann das sein? Geh jetzt hier mal rum. Aua! Hä? Du Kacknacken holst mich da um die Ecke. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, diese Map habe ich eine Weile gespielt im Exo-Survival-Modus. Ist der Typ jetzt hier irgendwo? Der lief doch hier unten lang. Kann das sein? Oh. Den habe ich zweimal getroffen. So, weiter geht's. Wo ist der Eroberungspunkt? Ich habe später nicht geguckt. Ey, du Nacken. Ich habe mich zuerst umgedreht, mich dann gewundert, wo du bist. Und dann mich nochmal umgedreht und dann nochmal überlegt. Und dann habe ich geschossen. Alles habe ich zuerst gemacht. Oh, 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 oh. Hat er mich gerade durch die Wand geholt? Kann das sein? Hat jemand aufgepasst? Aua, aua. Das warst du gar nicht. Das war der hinter mir. Okay. Aua, wieso hat er mich ja jetzt schon gesehen? Wieso hat er denn losgeschossen, bevor er um die Ecke gelaufen ist? Sprang hier regt an. Bleib stehen. Topper. Topper. Oh, shit. Da waren zu viele. Beschuss von oben. Beschuss von an der Mutter. So, aber ihr habt ja schon gesehen, ne? Die Punkte, die wechseln relativ schnell. Das ist aber für mich kein Problem. Dittl, 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 dittl. Aua. Okay. Ja, ähm, ich habe jetzt seit der letzten Folge meine Karten, äh, meine Kartenpakete, wollte ich schon sagen. Meine Waffenpakete jetzt nicht, meine Waffenklassen nicht geändert. Das ist, äh, für manche Leute ein Problem. Das ist mir jetzt aber nicht so, nicht so wichtig in meinem Leben. So was. Ey! Jetzt stirbt man endlich. Jetzt kommt aber sein Kumpel und will mich töten. Das finde ich nicht gut. Alter! Ich soll jetzt... Oh, ah, wo denn? Wo denn? Was ist denn? Was ist denn das für ein Handy da oben? Ah, shit. Ah, shit. Ja. Ah, ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin auch noch nicht richtig eingespielt. Äh, sind die beide tot? Das verstehe ich nicht. Oh, schützen. Okay, das kann ich. Sag ich jetzt, ne? Sag ich jetzt. Wo denn? Was denn? Nja! Come shot. Come shot. Habe ich getroffen einmal kurz. Und tot. Nicht auf mich schießen, habe ich gesagt. Haha! Oh, jetzt habe ich eine andere Waffe genommen. Okay, das ist eine Ball, ne? Haha! Entschuldigung. Ne, macht nichts. Okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen woanders hin, ne? Wo ist er hin? Oh, oh. Okay. Da war auch direkt der Punkt, deswegen war es jetzt so mittelgut, was ich da gemacht habe. Und direkt tot. Ja, das ist halt, manche Leute finden das gut, dass Leute alle auf einem Haufen sind. Ich finde das gut. Aber manchmal ist es halt schwieriger, dadurch Sachen zu machen. Kannst du mal sterben, Digga? Oh, 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 oh. Da war schon wieder der Punkt. Ich passe aber nicht auf. Leute müssen... Oh, schon wieder. Ich denke manchmal, dass ich doch weiter bin, äh, weg bin, als ich eigentlich denke, dass ich bin und dann doch war. Oder gewesen bin. Oder war. Und deswegen müssen wir auch mal Sachen machen. Übrigens, mir ist letztens aufgefallen, das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, weil... Oh, 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 oh. Weil, äh, wenn man kommentiert unter Videos mit einem Link, dann wird das ja ganz schnell automatisch von... Automatisch von YouTube geblockt. Und der schrieb letztens einer tatsächlich unter meine Videos, unter einem COD-Video von mir, schrieb der... Wenn ihr keinen Bock habt auf das Gelaber, dann kommt auf meinen Kanal. Denn ich bin, äh, irgendwie toll. Ey, was bist du denn für ein Arschloch Was bist du denn für ein Arschloch Nicht nur, dass du Eigenwerbung machst So ein Plumpel unter dem Video Was eh schon ja Leute irgendwie nicht so geil finden Was ich auch verstehen kann Aber dann auch noch zu schreiben, wenn ihr keinen Bock habt auf das Gelaber Das ist ja wohl wirklich, also verpiss dich Aber mal ganz schnell, mein Freund Ja, da hinten ist die Tür Ja, und dann auf dem Weg dahin, wenn der noch hingeht, dann stellt man hier noch ein Bein Penner Also sowas kann ich ja ab, ne Sowas kann ich ja ab, wenn man noch nette Sachen schreibt, okay Na gut Ja, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm Kannst du machen Ähm, ich aktiv block das nicht Aber wenn dann wieder, wie gesagt, wenn da ein Link drin ist Dann blockt das YouTube automatisch Und ich bin gar nicht in der Lage, das immer alles zu prüfen Äh, was da jetzt geblockt ist Und was nicht, jetzt hab ich jetzt, weil ich jetzt erzählt habe Weißt du Naja, aber wenn man dann sowas schreibt, also ich bitte dich Ich bitte dich, also wenn das nicht schon geblockt wäre Ich würde es nochmal dreimal blocken Hintereinander Einfach nur so Aus Spaß Oh, was Hallo Ah, shit Ich bin heute irgendwie nicht so konzentriert, kann das sein? Hat jemand aufgepasst? Es läuft nicht so gut Oh, das war ein Kumpel Digga, wir müssen da hinten irgendwo hin Oh, Augenkumpel Ich lade schnell nach Und dann gehe ich hier rum Oh, ich war so schlecht Harte Niederlage des Todes Ja, viele von euch sagen, ja, ich spielst du nur Deathmatch Ähm, nee, tue ich nicht, aber Ich kann halt auch nicht viel anderes Manchmal habe ich Lust auf den Modus Aber bin halt manchmal dann auch sehr, sehr schlecht Wie man jetzt hier sehen kann Und, äh, vielleicht lassen wir das Vielleicht, äh, holen wir uns noch Vielleicht nochmal einen anderen Modus Ich bin ja ein großer Freund von zwischendurch Mal frei für alle Warum machen wir das nicht mal? Lass uns das mal machen Aber erst mal hier die Packung aufmachen Was haben wir da gekriegt? Schwinge ding ding Oh Was ist das denn? Ist das eine MG? Ich bin ja kein MG-Typ, wisst ihr doch, ne? Aber es ist eine Profi-MG Sollten wir uns vielleicht mal angucken eines Tages Gideon, der Penner So, Spiele suchen Frei für alle Machen wir mal, komm Kann man nochmal reinschieben Kann man nochmal reinschieben, warum nicht? Der Helm ist übrigens neu Falls ihr den nicht kennt Jetzt kennt ihr ihn So Wir machen jetzt Leute kaputt Und übrigens zum Thema Server, ne? Zum Thema Server Wollte ich nur noch mal gesagt haben Es läuft jetzt viel besser Zumindest, äh, aus meiner Sicht Es sind so ein Team Deathmatch Am Nachmittag Läuft genau so, wie es laufen sollte Du machst das Spiel an Du machst auch Spiele suchen Du drückst auf Team Deathmatch Bamm Bist du in der Liste Und das Spiel lädt This I like This I like very much Ähm Ich wollte euch auch eigentlich nochmal Diesen Uplink-Modus zeigen Wo man diesen Ball in dieses Tor bringen muss Also in diese Kugel Das geht aber nicht Das geht nicht Das spielt nun wirklich keiner Also so sieht's zumindest aus Ich hab da einen Spieler gefunden Und dann haben wir gewartet Und dann haben wir gewartet Und gewartet Haben wir uns schon so angeguckt Gegenseitig, ne? So, alter Meinst du, das geht nochmal los? So mäßig Großer Komm Yes Muss nachladen Jetzt muss ich meine Nase kurz Okay Der hat mich kurz gejuckt Kein Problem für mich Ich bin ein sehr guter Kratzer Ähm, jetzt hab ich hier keine Feinde Das macht mich ein bisschen nervös Ah, nicht auf mich schießen Granato haben wir nicht dabei Oh Alter Wuhu Hab ich nachgeladen? Ne, noch nicht Oh, da war einer Großer Hit Oh, shit Yes Okay, ähm Ich hab's gesehen Dass wir Vorräte haben, Leute Ich muss nur jetzt erstmal Die Drohne raushauen Ah, fuck Er hat mich geholt Er hat mich geholt Der Kacknacken Des Todes Jetzt bin ich abgelenkt Weil mein Handy klingelt Das hört ihr nicht Weil ich es professionellerweise Sehr leise gestellt habe Haha Mit dem Mit der letzten Patrone Die drin war Ich fass es nicht So, ich hol gleich Die Vorräte Es ist halt meine Chefin Die gerade anruft Deswegen bin ich ein bisschen nervös Jetzt mich Ich ruf zurück Ich ruf zurück Schreibe mich nicht an Ah, ha, 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 ha Ah, und den auch sogar geholt Und was haben wir Ah, da, toll Was ist das? Ist das ein Warbird? Oh, yeah Und der macht's alleine Weil ich ihn geupdatet habe Oder? War, Warbird Warbird You are my friend Warbird Warbird What is going on? Aua Wir haben noch eine Drohne bereit Und nochmal Vorräte Das ist ja abgefahren Komm, die holen wir hier hin Wir trauen uns jetzt was Wir trauen uns jetzt was Kriegen wir halt viele Kriegen wir halt viele Kills Auch wenn die nicht Gedächtfertigt sind Hä, was ist denn los? Was ist denn jetzt? Nein, ich will nicht Äh, F halten zum Verlassen Der fliegt immer noch Ich wollte hier meine Meine Sachen haben Oh, yes Ich glaube, das Ding ist richtig krass Ich kenn das aber noch nicht Was muss ich da tun? Ja, und jetzt? Äh Kann ich Was muss ich tun? Wow Okay Bitch Das war jetzt nicht so toll Vor allem, weil mir nur zwei Feinde angezeigt wurden Und aus der Entfernung Kannst du ja gar nicht sehen Ah, da ist noch einer Und den mach ich jetzt kaputt Wie soll man das denn machen? Geht ja gar nicht Ah Hoho Leck Leck Alarm 2000 Und trotzdem geholt Trotzdem geholt 15,8 Kann das sein? Bin ich Erster? Oh, yeah Oh, yeah Aber jetzt nicht kaputt machen lassen Jetzt nicht, äh, vor Freude Sagen, danke Mir reicht's Oh Jetzt hab ich mich kurz erschrocken Oh, nein, nein, nein Wo ist er hin? Stopp! Nein! Yes! Okay, ich muss nachladen Lick dich hin Ah, shit Ich hätte kurz abwarten sollen Das war ein MG, ne? Der hat halt viele, viele Munitionseinheiten Auch Munition genannt Uh! Das war schlecht Also wenn, wenn, wenn mal jemand wissen will, was schlecht ist Der kann gerne sich diese Folge nehmen Und diesen, diesen Teil zeigen Wo ich echt mal hart verkackt habe So, die Kugel ist weg Das ist gut Sollen wir nochmal nachladen? Okay Und ich hätte gerne Ich hätte gerne nochmal eine Drohne oder so Wobei ich ja eh mal nicht auf die Minimap gucke Ich bin Sausack Haha Okay, nicht mehr viele Kills Nicht mehr viele Kills Und die Ball ist nämlich ganz gut, ne? Viele Leute sagen ja Ach, die Ball Ach, die Ball Qual Äh, Sacksau Oder so Ich weiß auch nicht, was sie damit sagen wollen Und ich finde die eigentlich ganz gut Ja, wollt's jetzt, wollt's jetzt losfliegen, ne? Wollt's dich noch retten War wohl nix Aua, wer, wo, wo, was? Okay Ja, ich weiß Ich sollte mir mal die Killcam angucken Ist aber nicht so meins Können wir hier noch was holen? Der ist unsichtbar Vorsicht Oh Ich hab nicht nachgeladen, ne? Wo ist er hin? Ah, nein War er unsichtbar? War er unsichtbar? Der Sausack Jetzt spring doch mal Och Okay Jetzt, jetzt, ähm Meine Idee ist Hart gewinnen Ist das nicht ne gute Idee? Ich finde das ist ne sehr gute Idee Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Da, 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 da Okay, ich glaube der ist auch viel zu gut Der ist zweiter Nach diesem anderen Typen Der ziemlich gut aussieht Obwohl der holt ganz schön nach, ne? Äh, auf Klingt nach Ja Oh Okay Ja, ich mag diesen Modus Wo man so schwebt In der Luft Weil damit kann man Leute überraschen Die denken dann Ah, jetzt fliegt er hoch Und bleibt auch oben Äh, bleibt nicht oben Sondern fliegt er weiter Oder fällt runter Ich kann auch nicht mehr reden, ne? Und dann sowas Ganz plötzlich So, war der erst unsichtbar, oder was? Ich prange mir das an Ist irgendwie so leise, ne? Will ich mir das ein Oder ist es jetzt irgendwie so leise? Übrigens habe ich jetzt In allen meinen Klassen Diesen, dieses Perk Wo man die Waffe quasi immer Im Anschlag hat Auch wenn man läuft Und sprintet und, und rutscht Ich finde das sehr Sehr, 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 sehr hilfreich So, den Typen jetzt nochmal genatzt Das war wichtig Können wir jetzt nochmal Vielleicht irgendwie Jemanden hier mal sehen? Wo seid ihr denn? Die sind auf der anderen Seite, ne? Ah, shit! Oh, ich habe ihn noch gehört Noch gehört, wie er ankam Aha! Ah! Oh! Oh! Okay, nachladen Wo war der jetzt? Ich habe es nicht gesehen Wir rutschen hier rein Und, ah! Nein! Ich dachte, das ist doch kein Feind Ich dachte erst, da ist ein Feind Dann habe ich hingeguckt Und dachte, ah, das ist doch kein Feind Und dann habe ich gedacht Ah, das ist doch ein Feind Dann war ich tot Das war sehr ärgerlich Trotzdem Noch, führen wir aber sehr knapp Sehr knapp Sehr, sehr knapp Wir brauchen jetzt ganz schnell Fünf Kills Ganz, aber ganz schnell Oh, jetzt hat der mich tatsächlich noch geholt, ne? Bisschen Konzentration Oh, jetzt holt er auf Auf zwei Kills Ich fasse es nicht Okay, eins Also, zwei Huhu Huhu Okay Okay Vier Kills noch Sehe ich das richtig? Nein! Nein! Was? Was? Bitte was? Er hat auf einen Kill aufgeholt Das darf nicht wahr sein Okay, Leute Yes! Yes! Oh, oh Oh, oh Ich kann jetzt nicht reden Ich kann jetzt nicht reden Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren Habe ich? Oh, shit! Da war ein anderer Typ Shit! 28, 28 Wer wird stresst? Wer wird stresst? Nein! Fuck you! Die ganze Zeit Erster und dann Sowas Ey Und ich werde dich jetzt geholt hätte Alter Guck hier Action, Action Und jetzt hätte ich beide holen können Aber nein! Der feine Herr Er hat anderes zu tun Ich kotze Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst doch gerne einen Daumen nach oben Wir sehen uns in der nächsten Folge Das war ja höchst, kippt und bis zum nächsten Mal Tschüss! Bis zum nächsten Mal Tschüss! 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 Vielen Dank.